Ja, dann kommen wir zu dem FTP-Surfer, nennt sich File Transfer Protocol und damit lassen sich Dateien entsprechend austauschen. Ich habe jetzt schon folgendes installiert, Dateiexplorer, Nutella, ein Texteditor, das auf beiden Rechnern und jetzt wollen wir mal den Nutella hier auf dem 10er Rechner starten. Ich kann jetzt hier sagen Netz beitreten, ich schaue mal was die andere IP-Adresse ist, das ist die 11er, wenn ich jetzt hier mit der 11 ergänze, sage Netz beitreten, hier gibt es einen entsprechenden kurzen Austausch, wo bist du, hallo und hier ist jetzt praktisch der 11er hier im Netzwerk. Ich kann jetzt auch hier drauf gehen und schauen, wie sie miteinander verbunden sind. Aha, also der hat die 10er, der hat die 11er, die beiden sind also miteinander verbunden. Dann schauen wir uns mal an, was wir jetzt damit machen können. Wir haben jetzt dadurch, dass wir den FTP-Surfer installiert haben, hier in dem Dateiexplorer hier schon einen Peer-to-Peer-Ordner angelegt und jetzt wollen wir entsprechend eine Datei anlegen. Dazu brauchen wir den Texteditor. Da schreiben wir jetzt einfach mal nur Test rein, sagen Speichern unter, Peer-to-Peer und nennen auch die Datei Test. So, sagen wir Speichern, Schließen, hier können wir nachschauen, ist die Datei drin. Mal aktualisieren, hier ist also diese Testdatei und die wollen wir jetzt auf den anderen Rechner übertragen. So, funktioniert jetzt so, ich gehe jetzt auf den anderen Rechner drauf, starte den Nutella und jetzt kann ich untersuchen nach dieser Datei Suchung. Die nennt sich Test, dann suche ich mal danach. Man sieht hier, wie es leuchtet, wie nach der Datei gesucht wird und der findet ihr auch und ich kann hier sagen, herunterladen. Man muss die praktisch hier anklicken, herunterladen und dann ist sie unter Dateien verfügbar. Leider kann ich jetzt hier in dem Programm die Datei nicht öffnen, das heißt, wir schließen hier wieder aus dem Datei Explorer. Da können wir noch sehen, ob die hier auch drin ist, kann man aber auch nicht starten. Dafür brauchen wir den Texteditor. Ich mache mal den auf, dann sage ich öffnen, öffnen und hier ist diese Testdatei drin. Öffnen und hier habe ich die Datei. So, die kann ich jetzt wieder verändern. Dann sage ich speichern. So, und dann gehe ich wieder hier rüber. Ich kann jetzt auch wieder nach dieser Datei suchen. Test, suchen, anwählen, herunterladen. So, und jetzt schauen wir mal, ob diese Veränderung hier entsprechend mit drin ist. Das heißt, ich gehe hier auf den Texteditor und man sieht hier schon, die Veränderung hat sich übertragen. Das heißt, somit kann ich hier entsprechend Dateien austauschen. Was ich jetzt noch machen kann, ich kann das Ganze natürlich erweitern. Hier machen wir mal einen Zwölfer. Verbinde das Ganze. Dann wieder den Action-Modus. Hier installiere ich natürlich auch den Nutella drauf. So, und dann gehe ich noch mal auf den anderen. Sagen Netzwerk. Netz beitreten. Schauen wir mal, was passiert. Ja, da muss ich schon die IP-Adresse dazu angeben. So, und jetzt sind beide Rechner verbunden. Das heißt, ich kann jetzt von diesem 11er aus auf den 10er und auf den 12er zugreifen und nach entsprechenden Dateien suchen. Okay. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020